Hallihallo Löhle, jetzt rückt sie eh so. Weiter geht's. Jetzt, äh, zusuchen wir mal die, äh. Äh. Ach, sorry. Bin ein bisschen müde. Zusuchen wir mal die Salzgänger-Miliz. Wer mal einen Mann hier wohl verprügelt. Ihr seht nicht wie einer dieser... Weil wir eine... So, wir gehen mal da hin. Ist bestimmt noch irgendwo ein Buch. Können die ich verwenden. Was machen die? Ja, wer jetzt erst blinzelt, der verliert, oder was? Hm. Ja, siehst du aus. Äh, hier ist nichts. Hier ist nix. Hier ist gar nix. Auch Mann Usna-Gig bat um Geduld und er hat uns noch nie schlecht beraten. Tag. Wenn ihr hier seid, um euch Hauptmann Usna-Gig anzuschließen... Eine interessante Frisur. Dann würden wir... Usna-Hauptmann Usna-Gig. Äh, komm, mach mal erst das sehen. Ist da bestimmt noch irgendwo ein Buch versteckt. Könnte ich hierfür bitten. Hm. Werde ich schon noch finden. Wegschreien von Leekes Klinge. Ein Bücherregal. Warum nicht? Seid ihr von... Und falls... Ich finde die Geschichte von gut da. Aha. Da liegt was. Aber was? Auch wenn es sich viele war. Aber war es immerhin. Das ist ja ein bisschen, das ist gar nix. Äh... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ach, der hängt nicht. Ob man Usna-Gig hat, umgeduldet, haben uns noch nie schlecht beraten. Da, habe ich mir schon gedacht. Das muss irgendein Buch sein. Wer... Was hier? Ah, hier war ich geschnitten, ne? War nix. Iskrabolt. Dann seid ihr an den Richtigen. So, weiter. Geh, Narre. Das ist ein komischer Name teilweise. Aber okay. Ja, ja. Was denn? Zu platzend? Mit einer neuen Frisur anzulegen? Ja, wäre mir nicht schlecht. Du, sie sind ein bisschen komisch aus, seine Frisur. Die ist sehr interessant. Ihr seht nicht wie einer von... Nein, das bin ich auch nicht. Wie Blut? Du willst Blut haben? Deins? Okay. Ey, bist du in der Wüste? Nacht ist es mir kalt. Richtig kalt. Was habt ihr? Ja, der hat das... Sieht gut aus. Hallo, ich komme. Yeah. Hä? Ich bin scheiß. Ich bin eine Herausforderung. Gut. Ja, komm her. Komm runter da. Angelegenplätzen. Euer Tod wird ein schmerzhafter sein. Dafür sorge ich. Ja, ja. dies ist eure letzte chance fersengeld zu geben und abzuhauen bevor ich euch ja ja na wer stirbt hier wer stirbt er muss bluten schuldung aber es bärchen schön gemacht und stolz auf dich sag doch mal was bärchen kommt sagt man wird ob man muss nekik was ist los oder macht 5 euro was nicht warum nicht mann 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 sooo da ist noch was wissen da ach schatztieger nein äh da wollte ich nach südwesten ist das norden des westen des süd und da schöne rolle gemacht schakal noch ein schakal noch ein schakal drei schakale ja ich komm mit gleich schakal in ruhe so gucken was da so abgeht die kies klinge die leute sagen graf raben die ist ja 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 die leute ist hier ein fehlender klang ist lief denn da ist der gestorben ich glaube ich hier lang ja da jungen tafe atma killer euer potenzial ist offen ja ich möchte weil es von schmied nagel angestellte hitze schmied bist du da ist das schmied 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 guck die frau sagte der mann wäre ein band wenn das wahr ist warum hat er sie dann nicht später getötet er hat sie ohne maske herausgefordert wenn das wahr ist Mann... Hä? Äh, so... Ja, ja, ja. So, ich meine drei Rätsel. Kann da eigentlich nichts falsch machen, wer gesehen hat. Müssen wir halt die richtige Antwort immer heraussuchen. Kann mitunter ein bisschen lästig sein. Äh, Stallmeister? Nein, natürlich nicht. Gar nix hier. Gar nix. Auch keine scheiß verschießene Bank. Auch nicht. Nichts hier. Ahahaha. Hier üben und verbessern. Aufgemerkt Welpen, wir haben einen Herausforderer. Seid schnell da draußen. Ich möchte keine nachlässigen Schwertkämpfe sehen. Na ja, voll umachtlich ein Klett. So, ein bisschen nächste Kammer. Mal dies hier. Tschüss. Alle drei Plätze. Sehr schön. Haben nix drauf. Üb noch ein bisschen. So. 20, 40 Jahre. Meisterin fadaliger. Ihr habt mehr erfahrene. Ja, 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 ja. Ah, schön. Äh, Taste der Vision auch da. Ja, ja. Wie immer, ich trink natürlich alles, ne? Also. Da ist ja nichts mehr als genauso wie bei WoW. Alles trinken, was einem vor die Füße kommt Die Frage nach dem Was passieren könnte Einfach trinken Ach, ist doch der Scheiß, ne? Ah, der war da auch was Dieser heilige Boden Ist verflucht Von unserem Blut Du musst mal auch da mit denen Du musst mal da Ich muss doch einmal bekämpfen Noch eine ohne Fahrschein So Da ist es Mein Gott, den nervt, Leute Will ich mal einen Wagen Ihr seht so komisch aus Seid ihr übel? Ihr fehlt die Stärke Ihr müsst stärker sein Ich bin der Schlag wie sonst kein anderer Ich bin der Stärkste Ich bin Hulk Hulk ist gegen mich ein Trick Ich mache ich mit dem kleinen Finger Mit der linken Hand mache ich nicht Für dich Ich glaube, die ist wirklich Die schlechteste Wie die aussehen Oder haben sie Für den Garten geguckt? Wer weiß Ich bin dabei Ach ja, ist das schön Der Hammer Das Geheimnis des Meisters Muss enthüllt werden Dann mach doch Mach die Schreine beten An den Schreinen Nicht die Schreine selbst An den Schreinen beten Ich könnte eine Pause gebrauchen Was ist da eine Pause? Oder zwei Oder drei Ah, ist ja gut Und Nummer drei Ist hier oben Willst du dich benutzen? Verbeten Noch ein schönes Stück Fleisch Verdammt Das habt ihr gut gemacht Ich will euch anbeendet Diesen Wahnsinn Seid nicht schwach Tretet jetzt beiseite Denn ich möchte nun essen Nein, ich kann das nicht länger zulassen Narren Ich werde mir euer Blut selbst holen Was ist denn daten? Mein Geheimnis Er schläft Der schläft? Dann wecken wir ihn auf Mach mal eine Pause Weitere Ablenkung Habt ihr mit Meisterin Fadalia gesprochen? Ja Ja Meine Schüler Diese Fremde spricht die Wahrheit Wir müssen zum Friedhof gehen Ich gehe schon mal vor Aber jetzt Aber jetzt Du halt erst einmal Eine Vermittlerin Sie muss mein Geständnis auch hören Sehr viele Pferde hier Aber kein Stallmeister Sonst komisch Er da So Dieses Grab Da Ah Krypta Krypta Ich würde sagen Wie wir ihn besiegen Wann wir ihn besiegen Wie wir ihn besiegen Sehen wir in den nächsten Follower Von ESO Bis dahin Tschö mit Ö